Meine lieben Horror-Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watchpad Horror und zurück auf diesem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein super Halloween. Mein Halloween war ein kleines bisschen stressig. Wie einige von euch vielleicht auch schon wissen, bewerbe ich mich nämlich zurzeit an der Musikhochschule, weil ich nämlich gerne Bass studieren möchte. Am 31. letzten Monats ist die Bewerbungsfrist ausgelaufen. Das heißt, ich musste bis dahin noch meinen ganzen Kram einschicken und musste mein Bewerbungsvideo aufnehmen und einschicken. Und so weiter und so fort und das hat mich hardcore gestresst. Aber meine Bewerbung ist jetzt raus. Und wenn die Professoren denken, dass die mich zur Eignungsprüfung einladen möchten, dann werden sie das tun. Das werde ich diesen Monat erfahren und werde dann nächstes Jahr im Januar oder Februar zur Eignungsprüfung gehen müssen. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich euch das gerade erzähle. Ich bin einfach nur sehr aufgeregt und ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, Kontrabass und E-Bass zu studieren. Also drückt mir die Daumen und sorry für diese Ausführung von etwas, was euch wahrscheinlich gar nicht interessiert. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Schreibt es mir aber gerne in die Kommentare. Und ja, wir legen jetzt los, würde ich sagen. Wir machen heute weiter mit unserer Magic Mafia Love Story. Da haben wir ja in dem letzten Kapitel, glaube ich, haben wir irgendwie einen Todesfall gehabt oder so, wie auch irgendwie in jedem anderen Kapitel vorher auch schon oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ist irgendwas mit der Mutter passiert. Ich habe wirklich alles schon wieder komplett vergessen, weil ich literally wirklich die letzten Wochen, ich war so gestresst, ich hatte so viel zu tun. Ich musste so viel, ja, habt ein Nachsehen mit mir bitte. Diese Bewerbung hat mich wirklich komplett ausgelaugt. Jedenfalls heißt das Kapitel, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, Polizei-Auto-Beseitigung, Polizei-Auto. Da ist auch ein Bild in der Kopfzeile, und zwar dieses Bild. Das ist ziemlich dark, muss ich sagen. Also da ist ein See, ein Meer, ein Ozean. Wir sehen das Land schon am Horizont. Also, ja, entweder See oder Meer, würde ich dann sagen. Dunkle Wolken am Himmel. Das Wasser ist ebenfalls sehr dunkel. Es schlägt eher weniger Wellen. Aber was ja das eigentlich Beunruhigende an diesem ganzen Bild ist, ist diese Hand, die da rausguckt aus dem Wasser. Es soll wahrscheinlich eine ertrinkende Person darstellen. Kleiner Funfact am Rande dazu übrigens. Solltet ihr jemals auf die Idee kommen, einen Film zu drehen, oder solltet ihr das mal in einem Film sehen, dass ertrinkende Personen wie diese hier wahrscheinlich winken und wild mit den Armen gestikulierend auf sich aufmerksam machen, während sie ertrinken. Üblicherweise, oder sagen wir mal normalerweise, funktioniert das allerdings nicht so. Da die Person, die ertrinkt, schon viel zu schwach ist, körperlich quasi gar nicht mehr in der Lage ist, so viel Kraft aufzuwenden, beide Arme. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren, wenn ihr irgendwie im Schwimmbad seid oder so. Also nicht ertrinken, aber halt zu winken, während ihr schwimmt und versucht, euch über Wasser zu halten. Das ist sehr anstrengend. Und wenn ihr eine ertrinkende Person seid, dann habt ihr sowieso schon Todesangst, seid körperlich wahrscheinlich auch schon absolut ausgelaugt oder ähnliches. Und dann habt ihr definitiv nicht mehr die Kraft dafür, noch eure Arme, beide Arme aus dem Wasser zu strecken und zu winken und am besten noch irgendwie lauthals zu schreien oder so. Also wie gesagt, man erkennt Ertrinkende nicht daran, dass sie winken. Oftmals passiert das sehr subtil, sag ich mal. Oder es ist schwer zu erkennen, weswegen ja Rettungsschwimmer auch genau diese Ausbildung haben, um eben genau zu erkennen, wann eine Person ertrinkt und wann nicht. Falls wir hier also Rettungsschwimmer in den Kommentaren haben, dann schreibt das doch gerne mal rein. Vielleicht passiert es ja auch wirklich so, dass man winkt und ganz laut ruft, Hallo, ich ertrinke. Dann nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. War halt nur das, was ich so gelernt habe in meiner Ausbildung. Ich ging zum See und warf die Leiche meiner eigenen Mutter in den See. Alles klar. Da starten wir ja schon mal ziemlich gut in die Geschichte. Ins Krankenhaus und zur Polizei konnte ich sie nicht bringen, weil sie Leute ermördern, die in einer Mafia sind oder die Kräfte haben. Seit wann ermordet die... Ein Krankenhaus ist jetzt kein Ort, wo man sich jetzt so denkt, ja, da werden Leute für gewöhnlich umgebracht oder so. Also für mich persönlich ist das jetzt eine ziemlich komische... Der Zusammenhang macht keinen Sinn für mich. Egal. Moonlight Giselle hatte ihre eigene Mutter umgebrachtes. Warum habe ich das getan? Warum? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich wusste es nicht. Ich hatte sie in Gefährt gebracht und ich wusste, dass das nicht richtig war. Aber ein echtes Bad Girl würde jetzt nicht verzweifeln. Ich warf ihre Leiche in den See und die versank. Ja gut, ob das jetzt so schnell passiert, ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, was für eine Körperstatur diese Person gehabt hat. Ob man dann sofort untergeht oder eben noch ein bisschen oben schwimmt. Auf jeden Fall wird sie irgendwann wieder auftauchen, denn wenn sich Fäulnisgase bilden, taucht der Körper wieder auf. Also freu dich schon mal drauf, würde ich jetzt mal sagen. Dann fuhr ich mit meinen Lambogoni weg und sah meine Mutter ertrinken. Wie ertrinkt diese Person denn jetzt noch? Sie ist literally schon tot. Also ertrinken funktioniert dann nicht mehr. Ist halt jetzt nicht mehr möglich, so gesehen. Wie sollte ich meinen rasch sagen, dass unsere Mutter tot ist? Wie? Er liebt mich dich. Ich kann ihnen sowas nicht antun. Ich fing an, eine Panik, eine Panik-Kartake zu haben und zitierte die ganze Zeit, wenn sie ... Ich stelle mir so vor, wie sie so Auto fährt und so ein Diktiergerät neben sich liegen hat und dann, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Oder irgendwelche anderen bekannten Zitate, die mir gerade nicht einfallen, ohne zu googeln. Und dann da konsequent am Herumzitieren ist. Ja, neben ihrer Panikattake, die sie noch schiebt, natürlich. Ich fing an, eine Panikattake zu haben und zitierte die ganze Zeit, während ich mit dem Auto zurück nach Hause zu meinem rasch-slash-Bruder gefahren habe. Ich musste ihnen sagen, dass ich ihn liebe, obwohl er mein Bruder ist. Ich musste ihnen sagen, unsere Mutter ist tot. Ich musste ihnen sagen, wir müssen hier weg. Ich kann nicht mehr hier sein. Ganz abgesehen davon, dass Tsunami falsch geschrieben ist, bildet sich dieser Tsunami natürlich in einem See. Also normalerweise entstehen Tsunamis eben nun mal in Ozeanen oder so, werden dabei durch 90 Prozent durch starke Erdbeben unter dem Ozeanboden angeregt, sogenannte Seebeben. Und die übrigen restlichen Prozent davon entstehen halt infolge von Vulkanausbrüchen, irgendwelchen Erdrutschen und auch in sehr seltenen Fällen durch Meteoriteneinschläge. Es ist auch festgelegt, wann ein Erdbeben einen Tsunami verursachen kann. Und zwar, wenn folgende drei Bedingungen gegeben sind. Und zwar muss das Beben eine Magnitude von sieben oder mehr erreicht haben. Das Hypozentrum muss nahe der Erdoberfläche am Meeresgrund liegen. Und es muss eine vertikale Verschiebung des Meeresbodens verursachen, welche die darüber liegende Wassersäule in Bewegung versetzt. Allerdings gibt es auch Binnentsunamis, die auf Binnenseen entstehen. Allerdings haben wir hier nicht irgendwie konkretisiert, dass es sich bei diesem See um ein Binnensee handelt. Deswegen weiß ich auch nicht, ob der überhaupt in der Lage ist, einen Tsunami entstehen lassen zu können. P2-Doppelpunkt, komm, wir fahren dahin. P3-Doppelpunkt, wo kommt der jetzt her? Wir haben nur P1 und P2 angegeben. Ich weiß nicht, was diese Person da jetzt noch verloren hat. Warum gibt es die jetzt? P3-Doppelpunkt, auf in das Polizeimobil. Das Polizeimobil ist wie das Badmobil. Die haben keine Polizeiautos da. Das sind richtige fancy was auch immer Dinger. P1-Doppelpunkt, wir sind bei einem Unfallort. P2-Doppelpunkt, dort liegt eine ermörderte Leiche. Sie ist ein unnatürliches Wesen. Was sollen wir tun? P1-Doppelpunkt, rufen wir, rufen wir das FBI. Oh nee, ey. Ist das geil. Das FBI. Oh mein Gott. Das ist mein absolutes Lieblingswort jetzt. Wie es auch zusammengeschrieben ist, ey. Ist das cool. FBI. Ja. Die können helfen. Ruft immer das FBI. Polizeiauto-Gewitter-Emoji, Polizeiauto-Gewitter und so weiter und so fort. Wow, das war ziemlich viel Aktion hier. Ihr könnt ja an diesen Emojis erraten, was als nächstes passieren wird. Polizeiauto, Polizistin, Mädchen, anderes Mädchen, Richterin, Gewitter-Emoji, Lippen, DNA, Mikroskop und Wissenschaftler. Der Name des nächsten Kapitels ist Feuer-Emoji, Krankenhaus, Ermittlungen. Krankenhaus-Feuer-Emoji. Wir haben dieses Bild in der Kopfzeile von einem Flatterband-Police-Line. Do not cross. Ist gelb mit schwarzer Schrift vorne drauf. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Es gab Ermittlungen für die Mutter von Jamie Julian Jayden. Meine Mutter. Und sie ist tot. Punkt, 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 Punkt. Man fande nicht heraus, wer es war, aber trotzdem wurde ein Unschuldigen verhaftet. Er hieß Kiroa Dacheri und er ist aus Frankreich. Und wieder frage ich mich, warum ist da ein Bindestrich? Für Jamie Julian Jayden war es nicht leicht, über den Tod unserer Mutter rüberzukommen. Aber für mich schon, den Bad Girls kennen keinen Schmerzen. Aber trotzdem starb ich innerlich. Und ich konnte nicht mal in meinen Rush verliebt sein, weil er mein Bruder ist. Das ist so dramatisch, aber es ist auch gut so. Immerhin ist mein Leben so ein bisschen interessant. Und ich hatte eine Mutter. Na, immerhin. Ja, stimmt. Yay. Eines Tages gehen Jamie Julian Jayden und Moonlight G. Seele in eine Party. Sie haben DNA-Test gespielt und dann kam raus, dass sie gar nicht verwandt sind. Kann es sein? Kann es wirklich sein? Sie sind nicht verwandt. Wie ist das möglich? Das kann nicht sein. Sie küssen sich. Sweetheart. Okay. Nee, machen wir nicht. Es kam raus, dass sie bei der Geburt vertauscht worden sind und deswegen ich mit meiner ermörderten Mutter verwarrend bin. Und Jamie Julian Jaydens Eltern sind eigentlich meine Fake-Eltern, die tot sind. Wie kann das sein? Das DNA-Spiel hat mit mein Leben gerettet. Ich kann wieder in meine Rush verliebt sein und wir küssen uns. Wir müssen Rache nehmen am Krankenhaus, was uns vertauscht hat. DNA-Test, Gewitter-Emoji, DNA-Test und so weiter. Ich frag mich nur, warum immer diese Gewitter-Emojis dazwischen sind. So viel regnet es da jetzt, glaube ich, auch nicht. Wow, das ist echt krass. Jamie Julian Jayden wurde mit Moonlight Giselle bei ihrer Geburt vertauscht und sie sind gar nicht verwarnt? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie kann das sein? Wie findet ihr das? Herzchen, Spoilenwarnung, Herzchen. Sie werden etwas Schlimmes mit dem Krankenhaus machen und danach wird etwas noch Schlimmeres passieren und jemand wird sein Herz geprägt. Ja gut, das wollen wir natürlich nicht, aber es scheint unausweichlich zu sein. Deswegen hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr vielleicht auch, zum nächsten Video einschaltet, wenn wir dann sehen, wessen Herz gebrecht wird. Was wahrscheinlich auch hardcore dramatisch wird. Also ich kann es kaum erwarten, da mal hineinzulesen und kann es auch kaum erwarten, euch mitzunehmen. Also würde ich sagen, dass ich dieses Video an dieser Stelle beende. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinhören, fürs Zuschauen, fürs Draufklicken, fürs Kommentare schreiben, fürs Abo dalassen und fürs Daumen hoch dalassen natürlich. Ich hoffe, dass ihr auch mal in den ersten drei Links in der Videobeschreibung vorbeischaut. Da findet ihr mein TikTok-Profil, wo wir übrigens gestern die 48.000 Abonnenten geknackt haben. Ganz, ganz großes Danke dafür nochmal an euch. Und mein Watchpad-Profil ist da auch verlinkt. Schickt mir gerne eure wunderbaren Kackgeschichten, denn ich brauche mal wieder neue. Ich habe gerade ein bisschen Not, ehrlich gesagt, was zu finden, was ich als nächstes lesen kann. Und auch ein Spenden-Link ist dort verlinkt. Da würde ich mich, wie gesagt, über jede Beteiligung freuen. Weiß ich auch nicht, wie man das besser sagen kann. Ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, LGME. Das Wasser ist ebenfalls sehr... Es soll wahrscheinlich eine ertrinkende Person... Ich kann nicht mal mehr reden nach der Woche. Ist alles sehr anstrengend gerade. Dann fuhr ich mit meinen Lambogoni... Der Lambogoni... Schönen Sie. Ach, Wannoh. Lippen-DNA-Stethoskop wollte ich gerade sagen. Klar, ist ein Stethoskop. Logisch. Und ich konnte nicht mal in meinen rasch verliebt sein, weil... Und jemand wird sein Herz geprächt. Jemand wird sein Herz geprächt. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Alter.